Ah, das müsste hier auch auf der richtigen Seite vom See sein. Ich war mit so einer kleinen Insel, war das oder? Ein Herz erfrischendes Moin Moin an alle durchgeknallt! Moin Moin Krüme! Na du alte Bratpfanne, alles Bingo! Altes Bratpfannengesicht, hätte ich fast gesagt. So, hier müsste das eigentlich sein. Bei der Schaufel, oder weiter vorne. Anführer der Bekloppten, sehr gut, das passt. Was ist der Kribu? Ah, hier ist es. Was sind jetzt denn da? Äh... Was ist da jetzt? Was nützliches? Sollen wir da jetzt alle hinkommen? Ja, wunderbar. Na gut. Hab da Sachen? Was ist denn jetzt los? Ist die Familie jetzt noch da oder nicht? Ja, hier war gar kein Zelt. Ach, da klar. Oh. Habe ich nachher zu warten? Ja, weil hier sind welche. Was? Wir packen mal da. Was? Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Wo... Wo ist das Zelt? Hier. Wo ich stehe. Warte, 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 warte. Da. Ach da, man sieht das so schlecht. Ja. Warte, warte, warte. Kommt sie wieder, ey. Die hat aufgeladen. Na, der will nicht unternehmen. Ey, sag mal. Au. Nicht doch auf den Kopf. Au, der ist ja früh und sie alle gegenseitig. Geht aus meinem Gesicht. Geht aus meinem Gesicht. Ich brauche eine Hand. Lass mich helfen, Willow. Ja, lass mich einfach folgen. Du musst raus, Max. Danke, Mann. Willow, Willow! Ich war sicher, das war das Ende. Ohne Bogen ist das echt eine ganz große Teile. Oh. Ne, das hätten wir das, dass sich beide echt die Fische anmachen. Bei dem. Was macht denn der jetzt so unklar, dass er sich im Kopf hingesetzt? Uh, ich bin gleich da. Hä, wie du bist gleich? Wie viel hat denn der noch? Hört sich auch an wie so ein kaputtes Flugzeug, ey. Was war für ein Symbolier an das Ding? Gibt es die Blaubeeren? Erst mal schlafen wir jetzt. Ja. Sie ist verschwunden. Sollt ihr es mal ein Tag? Die ist verschwunden für das erste, die Familie. Okay. Ich würde das normalerweise essen. Ich glaube nicht so einfach, weil hier nicht so viele Grashalme sind, ne? Auf jeden Fall sollen hier drüben fliegen sein. Fliegen? Wie fliegen? Fliegen. Die kleinen fliegen? Ja. Oh, sehr geil. Das freut mich für dich, wenn ihr da... Hier ist ein Marienkäfer auf jeden Fall. Ja, und die halt die Bären sind da in der Hecke. Die kriegst du auch nur mit Bogen runter, also. Ja, auf dem Boden liegen auch manchmal welche. Habt ihr die Marienkäfer angegriffen? Ne. Noch nicht? Geh, jagen, jetzt. Fliegen. Oh, dann habt ihr einer gesetzt, ja? Ja. Hat hier mal was zu trinken für mich? Ich bräuchte auch einen Tropfen. Ich glaube, ich trinke hier mal schmutziges Water. Hm. Ich auch. Ich hab noch ein bisschen Pilze. Hm. 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 Oh, da ist eine Spinne. Hm. Hm. Naja, aber wir sind gar keine... Fliegen... Ja, ich weiß nicht, aber wir auch nicht, aber... Marienkäfer. Der Rohstoffdammler hat's mir... ...so angebracht. Oh, also... ...hier. Marienkäfer. Wo ich bin. Müssen wir? Ich hör ja irgendwo, aber ich bin nämlich sicher, ob's nicht eine Mücke ist. Ich glaube, der Marienkäfer will auf den Grill gehen hier bei uns. Ja. Da steht halt auf den Grill drauf. Hä. Wo haben wir von der Mücke eigentlich gerade wieder so einen Stachel gekriegt? Weiß noch nicht. Wir hatten ja eingesammelt. Ich nicht. Geht der jetzt was ab? Oh, ich glaube ich selber eingesammelt. Hä. Oh ja, wir haben zwei sogar gekriegt. Der Marienexpress. Oh. Hm. Na, hier ist Lähm. Lähm? Wo ist Lähm? 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 Die Wald ist bestimmt auch Action. Also das ist ja kein Wald für uns. Also für uns schon, aber... Lähm? Oh, Lähm? 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 du bist du hast auch bogen ich war doch schon aufs essen und dann der marienkäfer express ist mir richtig schnell erstmal dreckiges wasser trinken jetzt auch gemacht mache ich täglich wo sind hier die oh hier ist sogar ein tropfen braucht thema etwas die treffen 1 1 zu spüren das war meiner zuerst getroffen ich habe keine abgeschossen aber es war aufgesammelt also wer wer hat jetzt ich brauche noch ein bogen brauchen wir noch nichts für doch der fliegenplatz für diesen standard bogen nur diese oben ist auch noch ein fliegenpilz fliegenpilze stehen darüber hält immer noch nicht hält also pelt ja dann sagt doch pelz und ich hab morgen warum sollten wir sonst fliegel weil wir die für die pfeile brauchen oder nicht dafür brauchst du den roten wie bilden pelz und die ja gut aber wir haben jetzt genug damit bei ihnen auch ein ding ist ja wir haben jetzt alle bogen top du hast einen bogen ja mach ich jetzt das war der folge dass das nicht getroffen das wäre das wird schon ein du hast nicht getroffen ja das ist ja nicht schon ein dann mal zurück also ich habe nur zwei fliegenpilze ich brauche noch fliegenpilz wer hat fliegenpilz ich habe noch ein seil und spresslinge ich brauche alles ich habe nichts mehr ja der rest ist ja da echt zu finden ich glaube ich habe gerade eine moskito angelockt ohjei ah scheiß viecher können die einem wasser nicht angreifen gut dann dies für den stacheln müssen wir noch sammeln und das haben wir auch noch in der kiste genug und beeren ja gut die stacheln in der kiste waren zehn zu hause oder oberste spinne mag ich nicht mein zweier fleck ich weiß ja das ist eine stelle die wäre oh gott endlich kannst du den filter ja auch ausmachen sicherlich nicht na du alter bärenfuchs hast du ein bärenauge du hast immer ein bärenauge ist oder ein namen wisst ihr das ich habe keine pfeile mehr das ist das problem ich habe hier doch ein paar geklaut ja dann schießt du doch die bären ich habe zwei ok wo sind die bären ihr habt euch alle einen bogen also können alle auf nein habe ich immer noch nicht wie gesagt hey sprösslinge und 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 das fanzfaser das ist doch alles hier ich habe aber immer noch keine zwei also ich brauche vier pelz ich habe zwei wo sind die bären ja chris ist woanders nicht hier ich bin direkt neben euch ich bin gleich da die bären sind da oben in der luft ja ich gucke hoch aber ich sehe keine habe ich ein filter an siehst du das hast du deine brille auf? ach da oben ja ja alter der ist aber hoch ist ja egal das ist ja ein pfeil toll zu treffen siehste hat er getroffen? ja nur dass die leider nicht gut gekommen ist jetzt so nächster das ist also der bär ich sehe gar nicht das ist wie bei warzone letztes mal habe ich nichts gesehen ich habe keinen gegner gesehen in das ist wie bei mir das wenn ich tot war und dann bin ich einfach mit der gegnerischen truppe mit gelaufen oh mein ey so traurig eine traurige waldestellte war das oh scheiße weißt du nicht was was haben wir denn jetzt mir zum bogen noch dabei den rest zu sammeln fliegenpilz ja gibt mir den fliegenpilz also ich habe jetzt 14 bären trocken was ich will was wir brauchen dass ich will jeder aus einem rauskommt ich habe 3 bärenleder 3 ist drei stück kriegen wir raus drei stück kriegen wir raus das ist nicht viel jetzt habe ich dann holen wir jetzt noch ein paar bären danach müssen wir distel sammeln und rote milven und dann können wir so ja wie gesagt dass wir sagen wo die sind kann man sich sowas auch anzeigen lassen ja alles alles was alles hat jemand was zu essen für mich es ist auf dem grill drei waren auf dem grill drauf ach ok dann gehe ich kurz im grill noch 100% schon leer der grill da war noch was ja ich habe noch was draufgeschmissen gerade eins und dann hat einer was mit dem mann noch zwei drauf so hier 25 was denn wären was sind das was war das hier für ein käfer das ist alles dort und ich habe auch zwei hat sind das reicht laufen drei reichen ok genau das sind die lachen gewesen da ist noch mal ringkiffer wird echt erst mal abwehren ey das bringt echt viel ja 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 hast du erkämpft schon sagt er auch voll gut was mit blocken ich muss das jedes mal aktualisieren wenn ich den links öffnen das ist so kack auch wenn er so ein schwarz macht oder ja das musste ausdauer haben und unten rechts die leiste doch nicht voll werden dann ist der block durch bohren der geht dann recht langsam wieder runter so dann gehen wir als richtung diese stacheln da muss ich ja bei uns direkt am lager geht so nicht da muss ich ja bei uns direkt am lager geht da muss ich ja bei uns direkt am lager geht da muss ich ja bei uns direkt am lager geht da muss ich ja bei uns direkt am lager geht da muss ich ja bei uns direkt am lager geht So, wir fliegen. Ja. Das ist natürlich kacke hier unter Wasser. Ich habe keine Ruhe geäußert. Ich habe keine Ruhe geäußert. also noch eine forschungsstation oder so nein ich auch die richtung falsch überall zwischen mich bei feiner legen Stimmig. ich weiß dass wir hier sonst in der jahre ich glaube mein großer hier bei mir in meiner richtung halten gerade ist nicht großonkel ist mir doch egal wir können auch wieder Cousin sagen was egal ist hier sehen wir Brot her oh coolie ja 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 gibt mir das Brot her ja Brot her wie kann man den Spinnbau an dem gehört ne Rucksack hier hinten man weiß es nicht ah ne Spinne ich bleib bei der Spinnbau ah hier sind die sind ja 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 ich hab 24 Staffeln what ja ich weiß ich will der Rucksack hier gehört aber hier waren gute Sachen drin da war die Marienausrüstung von Floh drin oder nicht ne hier waren äh da war äh Bärenbrocken drin ah kann auch meiner gewesen sein der mir plötzlich nicht mehr angezeigt wird keine Ahnung ich weiß auch nicht wie das hier abläuft auch wann die verfügbar sind für andere na du Gauner ja nimm mal raus da die was gegen Sachen ich kann ihn nicht öffnen oder was wenn du die geöffnet hast kann ich ihn nicht mehr öffnen naja dann oh und die Tasche wieder voll was wie die Kacke das Tante ich soll ihn nicht klauen ah nicht knapp so da liegen paar Dings ja äh Floh wo bist du denn oh es liegt mir hier rum ich bin am Rucksack ja das hab ich dann als fein gelassen weil ich Platz brauchte ich hab noch ich hab noch oh ich hab noch vielleicht Pro Diesel ein Pfeil halt nicht okay naja deswegen also Pro Diesel ein Pfeil und du musst doch eigentlich wehtun 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 ja